Und damit ein herzlich, herzlich willkommen und tolle Zeit weiter Part der Let's Play Satellite Chronicles 3. Ich bin der Samus und Mafix und wir sind hier vor der Festung, wo die Königin haust. Und ja, nicht lange ist es her, bis wir uns der Dame persönlich entgegenstellen. Beim letzten Mal haben wir hier in einer sehr spektakulären Cutscene hier Möbius O und Pi bezwungen. Und leider natürlich mit ansehen müssen, wie Kamerabi und FL ihr letzten Atemzüge. Ja, von sich geben. Unser Ziel ist es natürlich hier in den Thronsaar reinzukommen, die Anidationskanonen uns das schön und möglicherweise, ja, wer weiß, ein paar Möbius, die können wir auf dem Weg vernichten. Wir wollen uns hier reinschleichen, aber Leute, wir reinschleichen nicht sowas von 1984, liebe Leute. Wir sind mal Sam Fisher, bin ich hier Solid Snake? Nein, Leute, wir sind ein Monster und wir laufen jetzt hier durch die Kolonie Elf. Wir haben am letzten Mal hier Ashera getroffen. Eine Dame mit einem riesigen Dachschaden, die jetzt hier die Steffeln von dieser Kolonie ist und jetzt einfach reinrücken will und alle zerstören und töten will. Die gefällt mir. Ich finde ich so sympathisch. Und Lance, und Lance hat sich in sie verliebt. So. Und ich weiß gar nicht, wieso gerade alle auf mich gehen. Äh, wo sind meine Tanks? Sehen schon besser aus. So. Äh, wie gesagt, Ashera hat sich hier uns angeschlossen. Und, ähm, die werte Dame ist eigentlich hier die, äh, eine Länge der der Verteidigerin. Lance, äh, wie gesagt, hat eigentlich ein Auge aus dem Tür geschmissen. Und ich wünsche euch, dass das denn noch nicht eifersüchtig wird, ihr wisst schon. Und, äh, ja, wir haben uns jetzt mal hier, äh, mit ihr zusammengetan, in der Hoffnung, dass, äh, wir mit ihr, ja, zumindest eine weitere Kolonie befreien sollen. Keine Ahnung, wieso sie eigentlich eine Kolonie zerstören will. Aber ich möchte jetzt mal was reden, was wir schon einige Parts hatten, aber ich bin nie dazu gekommen, weil wir halt einfach nur Bossfight, 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 Bossfight hatten. Und zwar die Synchro. Ähm, das Spiel hat, äh, etwas, was viele, besonders japanische Spiele haben, weil die meisten Spiele werden ja immer von Deutsch aus Englisch einfach im Film übersetzt. Ähm, und... Uh, technisch dieses Punkt. I take it. Dankeschön. Sind aber noch irgendwo Gegner da. So. Sehr genau, das ist Bramfight, genau. Ähm, doch, äh, besonders bei japanischen Spielen ist es so, dass, äh, die Untertitel und die, ähm, Synchro unterschiedlich sind. Das hat nämlich den Grund, dass es oft so ist, dass die, äh, Synchro ist natürlich, äh, von Amis gemacht. Und moziert. Keine Ahnung. Bram! Ultimativ-Sporn. Ist das ein Special-Gegener? Der ist irgendwie schwach. Egal, mach mal kurz ein Bright-Chain. Ich, wir machen mal nur kurz, ich hab jetzt keinen Bock auf Auron-Boss. Heb den, Mo-Chun. Was? Voll cool ist, voll cool die Fähigkeit. Aber 150% bei Damage. Und auf den Chancen-Multiplikator die ganze Zeit erhöhen, Mann. Held schließt Combo ab. Ergibt exzellent. Aber der Held wird in der Angus-Kette nicht deaktiviert. Ah, der hätte man sofort ummachen müssen. Okay, machen wir doch noch cool die Brave-Chain. Ich möchte jetzt einfach, ich möchte hier den Moose einfach sehen. Ähm, und... Alter, was? 39? Ah, damn you. Und, ähm, es ist so, dass, äh, man das auch hier oft hört, weil die englische Synchro natürlich oft sie von Untertiteln, ähm, unterscheidet. Das ist, dass die Deutschen normalerweise die japanische Synchro ersetzen und die Amis, die machen das immer ein bisschen freier. Die machen das nie so, dass sie jetzt richtig detailorientiert da Untertitel ablesen. Und... Jetzt machen wir einfach mal das, oder? Das ist einfach exzellent, oder? Achso. Okay, ich hab's voll verstanden. Der Held, der das abschließt, oder? Okay, 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 dann ist es doof. Na, aber ich hoffe, ob wir jetzt Noah. Noah hat gut Damage gemacht. Hä? Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht. Egal, der ist einfach so, dass er halb Stunde tot und überprüfen hat. Egal. Passt du. Machen wir halt noch schnell eine, Shane. Und, äh, das sieht man auch hier oft. Also, wie gesagt, bei Sonders bei Uni, merkt man das mit ihren, äh, vorladen Sprüche. Die sind im Englischen echt geile besetzt, äh, wenn sie da einfach, äh, By the furthest of the queen sagt. Oder sowas. Ist immer sehr amüsant. Gefällt mir sehr gut, Mann. Ihr seht, wie ich sie habe bei ihm, äh, hier die Bogenklasse hier ausgewählt. Einfach, weil wir jetzt einen zusätzlichen, äh, Tank haben. Kommen wir ihm das gönnen. Ich, äh, was, äh, wo? Ich, äh, ich hatte irgendwas anderes vor allem. Ich wollte hier so einen Kopf drücken, dass ich ausbreche. Egal, machen wir es so. Und weg. Ich wollte halt die Kette abbrechen. Egal, ich, mir, mir fällt gerade auf, ich glaube, das geht gar nicht. So. Der Typ, Mann. Ich sage ja, der Typ mir echt leid, Mann. Er ist halt einfach tot. Komm, wir flügel. Da seid für zwei Minuten auch wieder ein, Mann. Held schließt Kommando ab. Ergibt exzellent. Aber der Held wird nicht in dieser Angeskette deaktiviert. Ich verstehe das nicht, was das bedeuten soll. Äh, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal verstehen. Wenn der Max schlauer wird. So, 99 und dort. Also, schauen wir uns nochmal die coole, äh, Dinge an. Wie gesagt, allein wegen der epischen Musik kann man sie mal annehmen. So, exzellent. Das haben wir erst aber gemacht, weil es wirklich exzellent war. So, ihr seht auch immer, die haben ein bisschen unterschiedliche Animationen. Äh, die wechseln immer so ab, alle paar Szenen. Was immer ganz cool ist, dass man nicht immer dieselben Chains hat. Ich glaube, da gibt es zwei Kombos bei ihm. Also, dann, wenn es erlaubt ist, stürmeln wir dann gleich weiter in Kolonie 11 rein. Ich wollte den letzten, ich würde ihn eigentlich nur zeigen. Oh mein Gott, nur in der 2000, es wird abstimmen, das höchste, was wir jemals hatten. Da hat er schon mal. So, er schaut zu einer Stunde zu. Was machen die? Alter, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Oh, wunderschöne, dass deine kleine Kugel erzeugt die Wälde. Du bist völlig verletzt mit meinem Leben. Du musst dich darüber sprechen, so wie das? Soll du es wissen, wir eigentlich versuchen, zu gehen einfach auf sie. Oh, keine Probleme zu retten. Du kannst mit ihnen arbeiten. Das ist mir, der dir die Green Light, als der Kommander. Ich habe gehört, dass sie ein paar Schmerzen Kommandos vorhin, aber dieser nimmt den Biscuit. Du kennst es, dass einige Soldaten in Kolonien 11 sind verrückt schwer. Ist das richtig? Ja. Wie ich das habe, haben Sniper, die können dich von hinter einer Bühne schießen. Oder Spezialisten, die kannst du dein Geist. Bollocks. Das sind gar nicht gute Wunsch. Oh, das klingt interessant. Ist es etwas, was sie gesagt haben, über mich? Oh, ja. Ich meine, sie haben vielleicht gesagt... ein paar Dinge. Komm schon, probiere mich. Obwohl ich wahrscheinlich zu sagen kann. Sie nennen dich Ashera, das Blatt nicht zu sterben. Ein herosgerichter Kommandos, der in unseren Kevers. Ein weiterer Name, die sie benutzen, ist... Mm-hmm. ... das Suicidal Maniac. Okay, ich verstehe. Wow, das klingt gut. Oh, definitiv. Ich war bereit für alles. Aber dieses... Das ist so blatt. So boring. Ich warst mir etwas mit mehr Zest. Mehr Bite. Das ist das, was du aufzuhrenst. Wenn du zu sprechen hast, ich würde gerne gehen. Hey, nicht vergessen. Wir sind in der Mitte des Unternehmens. Oops. Du bist richtig. Nicht viel Zeit, bis ich... Ich fühle mich ein bisschen miserabel, aber... Ich kann das alles aus meinen Männern. Kein Problem. Ja. Es ist offiziell. Wir haben den schlimmsten Kommander. Oh. Die Wa... Ähm... Aschera. Die zerstörer... Die wahnsinnige Zerstörerin. Also wenn du willst, ich nenne dich auch gerne so. Dieser geht die alle auf mich. Lass mich in den Kreis der Liebe. Meine Tanks warten. Ja, lass mich sterben. Lass mich sterben. Ich bin nur die blöde Mio, gell? Ja, ich habe eh nur noch zwei Monate. Ich kann sie sterben lassen, Mann. So, kenne ich meine Teamkameraden. So. Wieso gehe ich von den heiligen Kreisen weg? Naja. Ich habe keine Ahnung, was mit der Tante los ist. So, wir machen jetzt... Ich will jetzt einen nach dem anderen aus. So, erstmal den da. Oh, Zusatzaufladung. Lauf hin. Ja, jetzt stirbt der Kanonier. Also da ist, wird alle auf den drauflaufen, Mann. Jetzt mit diesem Feld ist eigentlich echt eine geile Fähigkeit. Lohnt sich halt besonders bei mehreren Gegnern. Also wenn ich jetzt einen Boss habe, ja auch nicht schlecht. Wenn er immer konstant ein bisschen Schaden bekommt. Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, wie viel Schaden der richtige Felder bekommt. So, wer will. Wer hat noch nicht. Wir gehen das mal sehen. Ja, guck mal so ein konstant ein bisschen Schaden. Das ist jetzt nicht so viel, wenn ich hier zum Beispiel sowas mache. Oder das Mutschwert. Gegen Essai, den Kriegsfalten. Vielleicht sagt sie sich einfach... Also mich interessiert echt, was hier die Geschichte ist. Weil, also, das Positive wäre, wenn sie jetzt sagt, hey, sie hat sich entschlossen hier zu kämpfen. Äh, unsere Geschichte von Oral Balls hat sie hier dazu gebracht, dass sie ebenfalls kämpfen will. Und, äh, ihre Freiheit haben will. Die schlechte Geschichte wäre natürlich, sie hat immer noch wenig Lebenszeit und will halt einfach noch ein paar fette Schlachten machen. Leute, Angriffskette. Lieber nicht. Nicht nochmal. Also, Next Wave, oder? Uh, wir sind nicht Spaß beim Tor. Ich hätte erstmal... Nein, 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 nein. Diesmal, diesmal laufe ich nicht auf die Gegend dazu. Okay. Steigern, jetzt ist das Feld zum Beispiel geil, weil stehen sie alle in dem Feld, kriegen alle hier konstant Schaden. Das ist ganz nett. Aber, ja, ich bin jetzt ein bisschen so sekundärer Angreifer, ein bisschen so auf Schwächen gehen, ein bisschen so draufhauen. Ist aber ganz in Ordnung. Wichtig ist halt immer, dass wir die zusätzlichen Charakter, die wir immer mitnehmen, dass wir damit irgendwie eine Schwäche ausgleichen. Am schönsten ist es natürlich, wenn wir zusätzlichen Damage-Dealer haben, weil dann geht alles schneller. Aber da ich aktuell, äh, das Problem habe, dass ich mit all meinen Charakteren die Support-Rollen ausgerüstet, äh, schon komplementiert habe und halt nur noch Damage-Dealer aussetzen kann, ist das natürlich sehr praktisch. Und dann haben wir wieder Auro-Boss. Haben wir noch was cool aussehen? Gut, weil ich es brauche. Ja, ich bin jetzt so gut. Ja, ich bin jetzt so gut. 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 gar er kein hohes Level dabei wer braucht der Roboter liebe Leute man ich wollte der Ruhe großer Klopskeller wird dann großer Kopfkerber steht schon in meinem Flammenfeld Jaja weil ich schon wieder alleine einfach gegen die Dach kein Problem man ich besiegt den schon ist kein Problem für mich man können wir bitte alles gehen laufen du hast den Rikki Heap man äh der Rikki Heap Rikki ist ja auch noch an der Senneblade so Stupa sehr schön oh der Läufe im witzig war alles sehr gut so Klaad Leute es ist einfach Klaad man ja da sind wir 30 also du weißt dass wir gerade Ethel, Kamuragi wahrscheinlich so die stärksten Kämpfer die es hier auf beiden Seiten gibt bezwungen haben dann wird der ist doch ein kleines Spielchen sein oder du kannst die Gegner gerne anlocken ich weiß nicht ob dir damit echt ein Gefallen tust und dann der Leiter wird bei so brecht durch das Zoll Leute jetzt sind wir hier Kolonie 11 ist nur eine Stöhne die finalen Krieg ist nahe ladies und gents bevor das da ist eine Sache ich möchte feststellen wer führt den Krieg? ein Typ von Person sollte man sehr gut wissen bei diesem Punkt kann man sagen ein Konsul ich wusste es dieser Idiot hat das ist die 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 Sie ist die Definition der Narcissist. Ich bin sicher, gerade jetzt, sie ist auf die Gefühl, zu kontrollieren die Soldaten wie Puppets. Also, die Soldaten? Sie ist einfach fliehen die Dinge gegen ihre Wille, versuchen, uns zu schrauben. Ach, was ein schraubiger. Das macht mich wie ein Hurl. Ich würde das nicht sehr viel interessieren. Meine Leute sind sich selbst im Gegensatz. Oh, wirklich? Und wie genau Sie sich das? Nichts, wie viel von einem Wettbewerb haben sie so weit gemacht. Sie sind wirklich für Blut. Also, das ist meine, natürlich. Also, was? Die Konsolik nicht wirklich brauchen, die Kolonial-Eleben zu schrauben uns? Sieht so aus, selbstverständlich unsere heutige Firma. Ich kann es nicht sagen. Sie sind das gleiche wie ich, nach allem. Je mehr Sie sagen, je mehr ich verstehe. Du wirst es nur noch weiter schrauben? Oh, jetzt. Ich muss nur die feineren Details schrauben. Alles, was du jetzt tun musst, ist, dass du den Kampf für was es ist. Die nächste Battle wird noch viel schwerer sein. Das heißt, dass es so viel Spaß macht. Oh mein Gott, wie viele Battles sind diese noch? Das ist das nächste Teil. Aber wie gesagt Leute, alles für meine Lady mit dem Dachschaden. So, ich schleiche mich mal von außen herum, oder? Das ist das. Das ist das. Also, die Trader sind gekommen. Aber... Also, du bist der Konsolik für Kolonie 11. Ouroboros-Kum. Was? 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 habt ihr Bull Birxs ja? Die slimrunde conversionnerie. Ellm vom Staatatmen. Das ist richtig? Alles zu starten? No, immer wie das. Was? No, keine, Hashtag. Aber ich werde euch das eine Zeit erklären. Du engagierst in der Krieg ohne Ordnung. Du benutzt die Taktik der Krieg in der Krieg. Du verabschiedst verabschiedst. Du verabschiedst die Regulation der Militär. Und dein Schlimm des Alles? Multiple, unvergültige Slics nach einem Konsul. Keine Ahnung. All die Soldaten hier haben das gesehen. Und als Ergebnis haben wir viele Verkaufs gegessen. Unsere Gläufe und Militärs, was der Konsul wünscht. Und wenn ich diese Ordnung habe? Keine Ahnung, dass alle von euch sind Pawn. Ein Pawn, als es auf dem Fohr steht. Ein Pawn, das auf seine eigene Arbeit hat, hat nichts mehr als die Blut unter meinem Boot. Klar, mit unseren eigenen Soldaten zu sprechen. Aber... ...wäh... ...wäh... ...dringen eine Goldene Köln, egal wie rotzend, ist kaum die Worte der wunderschön. Im Moment, ...dringen die Goldene 11 unter meinem Kontrollen direktes Kontrollen ist die größte Sache. Also... ...ich hast du mehr mit mir vorhanden? Ich denke, ein Maneac zu suicidisch wie du würde, würde es zu verletzen werden, von ihren Land zu verletzen. Du... Verletzt deinem Mund! Ich verstehe. Und es scheint, dass du unter ein paar Verbrechen hast, Madame Consul. Wie schuldig. Du benutztest du diese Chance, um mehr Dribbel zu spouten? Bis jetzt, Kolonien XI-11 würde aufbauen, woher du deine Hand wachst. Aber du siehst? Wir haben es, weil wir wollen. Wenn wir eine Krieg haben, wir Soldaten geben würden unsere Leben, zu kämpfen. Das ist alles, was wir immer wollten. Meine Soldaten. Und ich selbst. Was machst du bei dir? Was machst du bei dir? Schauen wir es in einer anderen Weise. Nichts anderes ist für uns, aber nicht sogar gegen die Leute, die sind unsere Alli, bis nur vorhin. Und nicht sogar gegen jemanden, die nicht wertvoll sind, zu sein unser Meister. Was? Was bist du blabbering? Die Pawns, die du glaubst, waren für dich wirklich weniger wert, als die Blut unter deinem Boot. Seit dem Anfang. Seid ihr blabbering blabbering! In diesem Moment! Oh! Das wird auf meine Nerven. Wenn es alles gleich mit dir ist, würde ich es jetzt sehr gerne machen. Also, komm und kill mich. Wenn du kannst. Ha! 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 Du bist schade, oder? Ich kenne mich schade? Nein, du wirklich nicht. Nur vergiss es. Shira, nicht überraschend. Sie ist nicht wie alles, was du betrachtest. Ja, ich habe diese Impression. Gut dann, Uraboros. Zeit für den Kampf, den wir alle warten. Außenmonster, Innenmonster, würde ich mal sagen. So, oh, sie hat noch, warte mal, sie hat noch ihre Kleingesellen. Die sollten wir doch erstmal besiegen. Das ist jetzt echt doof. Wieso muss ich auch alleine gegen diesen Blocker kämpfen? Alter, was machst du da, Ura? Nicht schlafen, oh mein Gott, der greift mich da an. Nö, 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 alles gut, alles gut, alles gut. So, jetzt mache ich hier wieder mein Feld. Mein böses Feld, das ist nämlich kein Feld der Liebe. Sonst stehe ich immer im Kreis der Liebe, aber außerhalb nicht. Also, sechs Gegner, ein Gegner weg. Zwei Gegner, oh, zwei Gegner, aber nicht so schnell weg. Komm schon, den Batsch hier alleine weg, Mann. Ich weiß noch, was da passiert, aber es tut weh. Und ich mag es nicht, wenn es wehtut. Also, kriegst du jetzt erstmal den da ab. So, bin schon wieder weg, bin schon wieder weg. Da ist irgendwo dieser verdammte Verteidiger, der hier meine Party ein bisschen hier ärgert. Aber den sollten wir auch gleich weg haben und dann was ist. Okay, gut. Mal fragen wir nur, ob das Bramfeld aufkommt, wenn ich hier meinen Fusionsmove mache. Also, pass, haben wir das auch. Vier, sehr gut. Dion. Tanksus. So, sechster. Und dann haben wir noch den Retter. Ein Healer. So, und damit sind alle seine Verbündeten weg. Und jetzt wird gespielt, Lady. Ist mir egal, was du da für einen fiesen Moose machst? Ich bin Ouroboros. Kannst keine fiese Statusveränderung auf mich drauf machen. So. What? 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 Und... Bam! Geiler Move. Sehr geiler Move. So, ich bleib mal kurz. Ah, wo, wo, wir haben vor dem. So, dann. Voller, die Front. Die macht so viele nervige Statusveränderungen. Schlimm ist, ich hab bei der Hälfte nicht mal die Ahnung, was das für Symbole sind. Aber es ist mir wurscht. Das machen wir erstmal hier. Genau, schönes Bramfeld. Und den da hier. Genau. Hör auf, die, was du verziehen, Mann. Ich find das so schön, dass wir aktuell ein bisschen überlevelt sind. Weil ich weiß noch, unser erster Fight gegen Amobius. Boah, ne, also, ne. Der erste war ja auch, der ging ja noch. Aber der zweite Amobius-Fight, ähm, den wir in Kolonie 9 gemacht haben. Das war halt die absolute Hölle. Dagegen läuft das fast gut, Mann. Oh, liegt sich so ab mit dem Monster am Boden. Liegst du am Boden? Komm, und wir treten da nochmal schön drauf. SIEK! Egal, was du machst, das stört mich nicht. Egal, was du machst, das stört mich nicht. Okay, vielleicht schon. Aber nur ein wenig. Hm, Leben sieht noch bei allen gut aus. Okay. Sonst hätte ich jetzt gewechselt. Ich find das aber so nice, Mann, wie, äh, hier. Unser Sheriff ist einfach so ganz entspannt. Okay, gut, ich muss ja, ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung, kann man schon tanken. So, Stufe 3 Synchro, Mann. Und jetzt kommt sie wieder. Tü, 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 tü. So, und da würde ich mal sagen, mein kleines... Oh, nein, 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 nein. Ah, ich habe ja gleich in der All Wars Combo begonnen. Damn you. Das war mein Fehler. Äh, stimmt, wenn wir den Oral Boss verwandeln, dann... Ja, kommt man direkt da rein. Ja, okay. Das ist doof. Das heißt, wir werden jetzt keine große Chain bekommen. Aber trotzdem können wir ein bisschen draufhauen. Und einen coolen Special Move können wir trotzdem zeigen. Das ist doch das Wichtigste, oder? Ich würde sagen, das ist etwas für den Mann mit dem coolen Schwert. Hä? Ich hoffe, jetzt kriegen wir noch schöne Katzen, die ja die Flamor kaputt macht. Den haben wir uns auf jeden Fall verdient. So, und ja, kriege... Ach, ich kriege jetzt noch eine Move. Okay, gut. Gut, gut. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ähm, ich habe ja ehrlich gesagt noch nie im Ouroboros eine Chain gestartet. Aber ziehe ich nur allzu gerne. So, und darf jetzt jeder von meinen Kameraden darf jetzt eine Attacke machen? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Ja, und einfach raus, liebe Leute. Einfach nochmal und nochmal und nochmal. Nicht, dass es mich stört, man. Wie gesagt, die Dame hat es auf jeden Fall verdient. Ist ja auch nicht schlecht. Also vom Schaden sind wir natürlich weit drunter als sonst. Aber für das, was ich sonst habe, mein Verteilungsmodus... Ja, wo vom Damage zu machen ist schlecht. Boah, so würde ich sagen, liebe Leute. Dafür sagen wir mal, wir sind schnell in kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es weiter. Und dann werden wir die gute Kolonie befreien. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für's Zuschauen. Ciao.